Hallo und herzlich willkommen hier auf den Kanal pecklebay.tv und damit ein herzliches willkommen wie es auch seht im Berlin V2 auf den Roblox Spiele Server und fassen wir heute wieder in unserer schönen selbstgemachten Leitung unterwegs und sind heute auch als Zoll unterwegs unsere Aufgaben sind heute so wie Kontrolle der Arbeitsstellen wie DRK und die Bank dann Instandsetzung der Bank wie ist die Bank aufgebaut und so weiter was kann man verbessern was die typischen Aufgaben als Zoll sind und dann allgemein das Beschützen der Mitbürger so wir haben schon draußen ausgeparkt eines meiner Lieblingsfahrzeuge beziehungsweise Fahrzeugmarken und ihr merkt es ist ziemlich laut man hört einfach jedes verschissene Auto hier unternehmen damit man überhaupt noch was hört so wir haben den schönen Zoll Vinto Mercedes-Benz oder beziehungsweise das Wort ist ein bisschen falsch Mercedes-Benz Zoll wir haben das standardgemäße Blaulicht Front sowie Heck mit ähm wie sagt man dazu ähm blaulicht leuchtet Stadt und Land beziehungsweise Land und Stadt ich weiß es jetzt gar nicht loo das kenne ich mal gar nicht dann was haben wir noch funktioniert das Licht jetzt endlich mal das ist eigentlich für die Straße das ist hat noch nicht so seine Wirkung wie es haben soll okay das grüne ist auch noch nicht so sehr aktiv wie es aktiv sein sollte okay so die zweite Leuchte die ist scheinbar nicht aktiviert so billboards folgen dürfte auch vorne zu sehen sein das stimmt schon mal nie weil wir sind nicht Polizei das muss noch geändert werden Achtung Unfall beziehungsweise Achtung und Unfall sind hauptsächlich eine der die wir gut gebrauchen können mehr können wir gebrauchen Stop beziehungsweise Polizei folgen Anni bitte folgen das sind unsere Hauptaufgaben hier um das jetzt mal zu viel zu sagen wird schon wieder rumgeschossen worum auch immer ähm wie setzen wir das Ding hier hoch das kann man nämlich machen das haben die einigen vergessen äh dass man das so machen kann dann haben wir noch die übliche Ansage wenn es so funktioniert ich höre gerade gar nichts das ist schon mal positiv sowie negativ ähm ich muss auch wahrscheinlich die ja gut die Qualität ist schon runtergesetzt weil Berlin hat aber noch dieses typische Leckproblem so wir fahren als aller erstes mal zum DRK zur Instandsetzung des Krankenhauses so dazu machen wir hier mal das Blaulicht an dass welche auch erkennbar sind mal gucken mal ob wir hier können wir jetzt mal genau das machen wir auch an ach das sieht so heftig aus sieht das vorne aus auch so wir gucken uns jetzt mal das Krankenhaus an hier vorne scheint alles in Ordnung zu sein bis auf dass die ganzen Türen alle offen sind muss ich jetzt mal nichts dazu sagen so hier hinten scheint auch alles in Ordnung zu sein die Kleidung hängt in ja relativ ja kann man drüber gucken so wir gucken mal ob ein Arzt gleich da ist der uns vielleicht reinlassen kann ah die Türen sind offen das ist schon mal gut ähm Patienten haben wir gerade auch nicht das heißt wir könnten kurz rein so hier haben wir schon einmal die ganze Barfunksgeräte beziehungsweise die Steckdosen müssten eigentlich ein bisschen abgedeckt sein äh damit sich eigentlich keiner verletzt so die Geräte sind auch die kann man jetzt noch nicht anschalten das geht wahrscheinlich wenn der Arzt da ist das ist schon mal gut dass man das zum Beispiel nicht ausnutzen kann der Staubraum müsste eigentlich hier nicht sein und hier liegt auch nichts rum was rum äh woran man sich verletzen könnte und so weiter so das heißt wir machen weiter mit dem mit der Bank guck mal zwischendurch ob es irgendwie noch Fehler gibt hier könnte auch zum Beispiel auch nochmal erneuert werden hier müsste ein Geländer hingemacht werden damit man nicht hier runter plumpst jetzt müsste ich irgendwann das Krankenhaus schließen das wäre nicht all das schießt er schießt er schießt alles kann was mit dem was ist mit dem was ist mit dem was ist mit dem der ist zu bangen gerannt da müssen wir sowieso hin er schießt ja einfach jetzt gar nicht gesehen ob das einer von mir war und einer Musik 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 Leute, es gibt Taxis hier, das ist immer schön zu wissen Wo ist denn da hin? Das Loch ist offen. Ne, es ist Oni, hier ist Oni, okay, bitte. Reset. Also, Piktok Frag. Let's go. Hier sollte jetzt auch erstmal nichts in die Dings kommen, in die Bank. Hoch. Ach, sobald man die Bank aufbaut, kann man die Bank aufbaut. Wenn man eine Waffe drin hat, kommt man sowieso in die First Person. Das ist eigentlich schon mal... Hallo. Würde ich mir eigentlich nicht erinnern, dass der sofort schießt. Oh, das geht grad ja nie anders. Man handhabt ja eigentlich immer erst mit der Waffe, wenn der gegenüber eine Waffe hat, bzw. wenn der gegenüber einen gefährlichen Gegenstand hat, woran man denjenigen verletzen kann. Was ist mit dem? Das ist ein Taxi, was wird denn ein Taxi in der Bank drin? Oh, scheiße. Ah, doch. Warte mal. Zumindest kann schon hier sein, ob hier jemand reinrennt. Ne, das ist klar. Hey! Waffe, 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 Waffe! Schon abgeschossen. Hab den falschen erwischt. Hab ich schon da reingekommen? Ne, TF? Hau ab! Owen. Weising macht ihn! Was genehrt sein sollte? Der Typ war schwarz gekleidet. Was immer auch Claire fällt. Ja. Gehen. Luft man! Mal schon schrieben, Team. Mal schon schrieben, Team. Schüsse hinten, Schüsse hinten, Schüsse hinten. WTF, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, WTF? Wir müssen den schwarzen Typen finden und ausschalten. Das ist jetzt unsere Mission. Wer auch immer hier gerade mein Schettdeckel aufgemacht hat und alles andere. Ja. Jetzt kann ich mit dir zugehen. Geht die wieder zu? WTF? WTF? Ja. Was hat denn deine Waffe? Das ist mit dir. WTF? Schwarz. Weißes Auto. So. Vermut man, das ist der Typ für den. Hallo? Wo wurde es da abgeschossen, WTF? WTF? Ja. WTF? 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 Nein! WTF? Wo ist denn das so grenzüchentlich im Spiel? Ich bin ein bisschen rausgeschossen. Ich habe ihn einfach mal aus dem Auto rausgeklappt. Das ist schon wieder der Typ. S.I.K. zum Kreise. S.I.K. zum Kreise. Was ist das Ding jetzt hier? S.I.K. zum Kreise. S.I.K. zum Kreise. S.I.K. zum Kreise. S.I.K. 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 zum Kreise. 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 S.I.K. 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 S.I.K.